Vorhang auf für Honoré Dommier. Herzlich willkommen im Theatermuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Hofgärtnerhaus. Wir sammeln, erschließen, präsentieren und vermitteln deutsche Theatergeschichte am Beispiel der Stadt und der Region Nordrhein-Westfalen. Zu unseren Kooperationspartnern gehört das Düsseldorfer Schauspielhaus, dessen Aktivitäten wir in der Sammlung ausführlich dokumentieren. Es hat seinen Standort seit 1970 in einem Gebäude von Bernhard V. am Rande des Hofgartens. Unser Datenset umfasst Karikaturen von Honoré Dommier aus der Sammlung von Hannah Seifert und Dieter Prochnow. Beide waren seit den 1980er Jahren Mitglieder am Düsseldorfer Schauspielhaus und haben das Theaterleben in Düsseldorf über mehrere Jahrzehnte geprägt. Begleiten Sie uns auf eine Zeitreise nach Paris ins Theater Mitte des 19. Jahrhunderts. Schmunzeln Sie mit uns über die Szenen vor und hinter den Kulissen, die Dommier aus Papier gebannt hat. Das Werk von Dommier ist seit 1949 gemeinfrei und auf vielfältige Weise im Internet dokumentiert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem Datenset.